Hallihallo, Hallöhle! Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video hier auf meinem Kanal. So Leute, ich bin auf dem Weg zum Pitbike und Simson Enduro Inline. Ich werde mal schauen, wer so am Start ist, wer schon ready ist für die Pitbike Masters. Ich bin's doch nicht. Ich bin auch so, naja, es regnet. Grüße geht raus an die schönen Wetterfahrer. Ja, ich schau einfach, wer da ist. Nehmt euch mal mit. Haltet das Ganze so ein bisschen fest oder ich geb mir Mühe. Wie da rein. Würde mich freuen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und? Hast du Bock? Ja. Gut, dass du was hast. Man hofft. Silkscher Power. Ja. Das ist ein sehr starkes Fahrerfeld hier. Zum 1,5 Stunden Enduro Rennen. Grüß Gott beiercie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020